Sie sind die einzige ernstzunehmende Dichterin in Deutschland. Ja, das bin ich. Du hast heute Abend schon wieder einen Mann bezaubert? Ich habe immer gewusst, dass ich gegen die Ehe bin. Die Ehe ist eine ganz unmögliche Institution für eine Frau, die arbeitet, die denkt und die selber etwas will. Ingeborg Bachmann, Max Frisch. Ich war sofort fasziniert. Eine ganz neue Stimme.